Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber. Let's rock. Was gucken wir überhaupt? Reagiert auf A. He just like me. He just like me, for real. Okay. Was ist das? Oh nein, er nimmt den falschen Luigi mit. Ich würd jetzt ganz schnell ganz weit wegrennen. Oha. Eierkopf. Gab's doch nicht mal so einen Film mit solchen Eierköpfen? Oh, wow. Er ist kurz der Jimmy Nugent geworden. Was soll er? Nein, 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 nein. Luigi Auto, mein demnächst im Mario Kart. Na, das geht nicht. Er hat eine Lachgaseinspritzung im Arsch. Oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Da würde ich mein Kind nicht reinschicken wollen. put my stamp of approval on this. Oh, krass, Alter. Ja, Mario und Luigi in the Rock-Style. Na, Luigi ist das sowieso Maskeman. Ja, genau. Na ja, ich bin gespannt. Wie bei Spongebob die Ankerarme. Und dann kann er nicht mal mehr an Strohhalmi. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Hm? Jesus! Was ist das? I would roast you, but my mamma mia, for me not to burn trash. Oh, das passt. Oh mein Gott. Bei solchen Schuckerlippen hätte ich aber Angst. Mario! Jetzt hätte ich noch mehr Angst. Er dreht gleich den nächsten Werbespot. Oh Mann. Oh. Oh. Maybe one day you will be able to talk to an actual woman, Mario. Wenn sie das eigentlich auch in irgendein Loch verlieren. Oh. Jetzt wird es böse enden. Alter! Was zur Hölle ist das, Alter? Ich bin ausnahmsweise derselben Meinung. Die Ähnlichkeit ist unverwechselnd. Oh! Oh! We don't even look the same! Have you ever heard of Among Us, Gregory? Stupid brown hair heavy ass. Shut your goddamn mouth! Shut your mouth! Where's my birthday? Oh crap. February 8th. Ah! Oh oh! Er hätte doch eigentlich wissen müssen, dass Mario das nicht weiß und den erschießen müssen. Luigi ist hier genauso doof wie Mario, Mann! Was für eine epische Explosion, Alter! Oh my god! Was son! Oh no! I just wanna talk to him! W-Why do you have a shotgun? I just wanna talk to him! This is ridiculous! I just wanna talk to him! I just wanna talk to him! I just wanna talk to him! I just wanna shoot him! I just wanna shoot him! You interested in my toys? We have huge sales going on for a little time! Oh my god! Sieht das kaum noch raus! Was? Wir verkaufen sowas! Piss! Ah! Ah! Oh my god! I got him! Wait, what? Ah! 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 the last ass whooping you got wasn't good or nothing! Can you feel your heart burning? Can you feel... Dann hätt ich aber Angst, alter! If you feel the struggle within.. You can not kill me in a way that matters. Es wird gruselig. Not okay! Nee! Nicht ganz... Oh mein Gott, was soll er? Das ist Scottson! Was ist das? Das ist Branson! Ohohoho! Das ist doch keine Ente! Das ist vielleicht das Ende! Genia! Oh yeah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie kann man beim Herstellen der Plüsch so failen, Alter? Gut, die sind wahrscheinlich nicht lizenziert, aber das ist ja nicht einmal annähernd getroffen! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist genauso, wenn du auf so einen Trödelmarkt gehst. Und solche Soundbuckfiguren... Oh Gott! Die sahen schrecklich aus, Alter! Ey! Von Soundbuck, von Mario... Und die waren halt... Größteils alle wahrscheinlich nicht lizenziert... Und sahen auch so ähnlich aus wie das hier! Oh Gott! Das ist schlimm! Gut, die Soundbuckfiguren hatten nicht mal ne Ähnlichkeit! Red for your lives! Resistance... Is futile. Your life, as it has been... Is over. From this time forward... You will service... Us. Okay... Cool, ich hab's Spiel geschafft! Was ist... Das war ne gruselige Folge, Alter! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Mit mir in diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit geklautzt!